Sobald ich schieße, trägt uns jeder krautfest einer Gegend am Arsch. Wir müssen sie abwehren, bis die Bomber da sind. Hilf mir mal mit dem MG. Ha, du wärst. Wie üblich, mache ich die ganze Zeit. Ja, wenn wir untergehen, nehmen wir so viele der Penner mit wie möglich. Wie besser Geld. Die Krautfresser ziehen nach rechts rüber. Die Schweine wollen uns flankieren. Du meinst 10? Einer von mir! dann nimm ein gewehr wir sind hier noch nicht fertig die sollten sich beeilen denn ich gewinne ich gewinne du holst besser mal auf ich sehe sie dranbleiben dass das kriegen wir hin 6 linke seite decken der kampf hat Panzer? Scheiße, wie viele? Spielt das eine Rolle? Halt einfach drauf! Das, weiter geht's. Wie viele hast du? Wir müssen die Ärsche weiter abwehren. F-Flucht! Was ist das? Bamba! Fuck yeah! F-Flucht!